jetzt einmal soft auf ist doch irre entschuldige hallo formal 1 fans und willkommen zu einem weiteren liga rennen aus der mxl heute wieder mit dem knetti am start hallo ja ihr seht schon platz 10 mal was war los das sollte eigentlich nur fünf stehen aber die burgmassage war gemein zu mir deswegen naja ich stand quer mein teamkollege rammt mich weg und ich habe naja plus fünf scheiße aber egal das rennen ist lang und ja die vergnügen viel spaß und so weiter kürziger kommt im himmel ex poko was soll das denn bitte wenn du mir das flügel kaputt gemacht hast was ist da denn passiert okay jetzt ist schluss mit dem schleichen hier hat frau schmucki komm schon man komm bitte mach dich da weg jawohl böse mauer kaputt dreht sich und der arme ich muss ja lag ich vorbei kam 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 ab ihn ok ok falls er so gefällt auch rein ich kann nicht reinfahren du kannst schon reinfahren wir müssen zwar warten außerdem ist es heftig kaputt was was passiert da liegen teile war ich glaube das war weiße teile war das der haas wenn das sks wo der hat jetzt die arschkarte oder warst du red bull die durch ja da kann nicht anschieben alter das war sks der hat sich den flügel komplett zersägt und wieder septica das gibt es was sind wir eigentlich los schon wieder ich bin reingegangen ich bin auch reingegangen nein war ein spanik ist es täglich kaputt kann ich passieren ja doch müssen müssen warten aber es geht schon klar alter wird der hat also auslos gefördert wie er es heftiger phase ich kann wieder reingegangen flügel ist sind auch verdammt kaputt dreht sich ja nein 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 ich ziehe jetzt einmal soft ist doch irre entschuldige ich ziehe jetzt einmal soft aus der feucht die durch und dann hole ich mir nochmals haft ich muss jetzt reinfahren meine soften gehen auf ja alles klar also ohne scheiß dieser kampf kannst du in die tonne kloppen das gibt es doch gar nicht was ist denn das hier für eine scheiße jetzt ist mein flügel im arsch alter nee das gibt es doch gar nicht hatte dass das ist ein schlechter traum hier wirklich no way no way ja ja beinahe hätte ich das auto weggeworfen kurzer blackout ja kurz auf die streckenkarte geguckt um zu sehen wo sich denn lucky befindet und dann auf einmal steht eine mauer vor mir und dann auf einmal steht eine mauer vor mir er wird flagge in der bock schikane achtung da steht der mutter er ist das so geht da war 99 so suche auch der arme kerl gibt es doch gar nicht das werden so gute punkte für ihn gewesen letzte runde kann ich auch noch mit kaputten flügel fahren ja schaffst du noch naja in diesem sinne sechster platz für alpha not happy i am not happy so liebe freunde dann hier nochmal in der übersicht also sks gewinnt vor moment so jetzt sks gewinnt vor thunders taum und nico dann foton spoko meine wenigkeit lucky mcgill kapu und mein teammate der mutter pistole andy und tibor sasuke und laura gehen leider punkte los nach hause in diesem sinne dankeschön fürs einschalten und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wenn ihr mehr sehen wollt gerne abonnieren klicken dank für das q3 ergebnis top 10 ergebnis ihr seht schon ich bin total banane in diesem sinne bis zum nächsten mal und tschüss